Was macht der Mathematiker, wenn ihm kalt ist? Er stellt sich in einen 90-Grad-Winkel. Was bekommt man, wenn man seinen Kopf in ein Glas voller Bierschaum taucht? Eine Schaumkrone. Welches Getränk mag der Englischlehrer am liebsten? Shakespeare. Was ist rot und steht in der Küche? Eine Herdbeere. In Hamburg St. Pauli wurde ein Sarg gefunden. Die Polizei wollte ihn öffnen, aber es ging nicht. War ein Zuhälter drin.